Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gegen Aarau will der gebürtige Bieler alles geben. Der 23-Jährige hatte keinen einfacher Stand. Als Innenverteidiger hat er gerade auf drei Positionen um sich um neue Mitspieler bekommen. Dass diese Konstellation greifen kann, muss die Mannschaft zuerst arbeiten. Aber langsam zeigt das Training Wirkung. Die Mannschaft steht hinten immer kompakter und Automatismen beginnen zu einstellen. Das spürt auch der Innenverteidiger und das motiviere ich. Jede Zeit läuft, desto fühle ich mich viel besser. Ich bin hier schon seit Januar und ich habe in jeder Mannschaft diese Zeit gebraucht für eine gute Integration. Ich fühle mich wohl in Luzern und auch in dieser Mannschaft. Ich glaube, das sieht man auch auf dem Spielplatz. Der Trainer ist zufrieden mit der Entwicklung, die Froswa Affolter seit Januar durchlaufen hat. Es sei ganz normal, dass sich alle akklimatisieren müssen. Ein Team könne nicht von Sekunde 1 an perfekt aufeinander abgestimmt sein. Das brauche viel Training. Für Carlos Bernegger sticht der ehemalige IB-Spieler vor allem wegen seiner Geschwindigkeit aus der Verteidigung heraus. Er ist eine schnelle Innenverteidigung. Er ist in der Lage, Situationen zu kompensieren, wo vielleicht im Mittelfeld nicht gut bei Neutralisieren gewesen sind, sofort das zu korrigieren, weil er kann schnell das noch lassen. Der 23-Jährige hat trotz der Kritik hagelt zum Saisonstart sein Selbstvertrauen nicht verloren. Er verlässt sich vor allem auf sein eigenes Urteil. Er könne selbst am besten einschätzen, ob er sich verbessern müsse und wie. Für seine Zukunft ist aber nicht so viel Kritik eingeplant. Mit dem FC Luzern will ich auch Erfolg haben und unbedingt auch einmal einen Titel holen, weil ich noch keinen Cup gewonnen habe oder Meisterschaft. Und persönlich auch am meisten Spielpraxis zu haben und gute Leistung zu zeigen. Ein Schritt Richtung Meistertitel kann er mit der blau-weissen Mannschaft schon morgen gegen Aarau machen. GOOOOOOALL! FC Luzern 1, Aarau! Hey Adi, der Match ist erst am Samstag. FC Luzern gegen Aarau. Diesen Samstag ab der 8. in der SwissPour Arena. Präsentiert von SwissPour, SwissLife, Eichhof, Amberg, Kiozea, Ausrüster Adidas, Radio Pilatus und Hauptsponsor Ottos. Bonne thumbs up! Boude! auf PT-Obo, Stafford, Lucy Cu